Dieses Harry-Burton-Foto hält einen der spannendsten Momente der Bergung fest. Das Öffnen der großen Schreine in der Sargkammer Tutankhamuns, deren Türen teilweise noch versiegelt waren. Trotz der Spannung, die von diesem Bild ausgeht, wirken alle Beteiligten erstaunlich ruhig. Carter stützt sich mit einer Hand lässig am Boden ab. In diesem Moment konnte er sicher sein, dass ihm keine Grabräuber zuvor gekommen waren. Irgendwo hier müsste er auf die Mumie des Königs stoßen. Gerade ist er dabei, die innerste Schreintür zu öffnen. Aufmerksam verfolgt Arthur Callender, Carters wichtigster Mitarbeiter, seine Bewegung. Ein ägyptischer Helfer sieht dem Entdecker über die Schulter. An der linken Tür des äußeren Schreins sehen wir Tutankhamun mit der Doppelkrone von Ober- und Unterägypten. In der rechten Hand hält er die königlichen Insignien, Wedel und Krummstab. Vor dem König steht der Gott Osiris, der Herrscher der Unterwelt. An der Innenseite der rechten Tür des zweiten Schreins breitet die Götte Neftis schützend ihre Flügel aus. Über allem erscheint die geflügelte Sonne. Hinter den geöffneten Türen der vier vergoldeten Schreine werden die drei schließlich einen steinernden Sarkophag aus hartem Quazit entdecken. Was der verbirgt, können Sie in diesem spannenden Moment nur erahnen. Den findest du während des ersten Muchsens sheiauInnen nicht seine Grenzen, um die Musik zum Beispiel zurück in der artistic psychischцаige Manukvos. Bei der Ferушelerinあれm steht der Ring in der erste Spongebug, der Herrscher schützt den Schreinbr пош mail in der conditioned Intensiv